Heute sind wir bei der Pia Wicke in Wicke gesucht. Sobald sind wir das Eschholzmatt am Bahnhof eingetroffen und bald werden wir von ihrer Art abgerübt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist unser Taxi heute in Wicke. Als Souvenir haben wir noch eine feine Kürbis-Zimt-Gonfi von Pia bekommen.